Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Max Pien 3. So, was lernen wir daraus? Wir verlassen uns nicht auf den Last Stand, sondern schlucken eine Pille, wenn wir eine brauchen. Beware what you want. Just as now, it's time to live. Give up all time, not in which you are. Just as now, it's time to live, girl. Give up, give up all time, not in which you are. Ja, der ist tot. Der ist auch tot. Der da oben, dem geht's auch schon schlecht. Und zwar ganz. Das Musikstück finde ich übrigens ziemlich geil. Stipp! Stipp! Ja, du hast mir ein paar Kubik verpasst. Ich habe das schon gemerkt. Den da oben will ich erstmal haben hier. Hoi, 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 heilige Salatschüssel, ey. So, mal schauen, was wir hier noch einsammeln können. Nicht, dass uns die Munition knapp wird. Das ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste. Okay, Teil 1 haben wir und jetzt kommen wir wieder da rüber. Da wird es wieder ein bisschen knifflig. Da will ich dich nicht hinhaben, ich will dich hier hinhaben. Ja, woll! Jawoll! Jawoll! Ach, Schweinepriester, ey! Stirb! Meine Fresse! Die Pissnelken! Ja, komm vor, komm! Na, komm! Versteck dich nicht! Ei, 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 ei! Zuuu! Wobei ja, da komme ich ja kaum hoch. Kein Wunder, dass sie mich da vorhin erschossen haben. Jetzt ist es Zeit, dass sie mich da vorhin erschossen haben. Okay, sie hat auf dem anderen Ende des Lounge öffnet. Ach, Mann. Also, gut. Versuchen wir uns mal ein bisschen intensiver, um die zu kümmern nochmal. Jetzt die Herren auf der linken Seite. Oder ist rechts noch was? Es wimmelt so irgendwie, ne? Jetzt. Jawohl. Jetzt haben wir den da oben noch. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wieder nicht mehr nachladen kann, weil ich keine Munitionen mehr habe. Das heißt, jetzt versuche ich den da noch abzuknallen da hinten. Und dann bewegen wir uns wieder langsam nach vorne. Da drüben ist auch noch einer. Shit. Ah, vergiss es. Munition brauchen wir natürlich ein bisschen. Aua. So, jetzt ist er da drüben, ne? Und da oben ist auch noch einer. Mein Gott, wo schießt er denn hin? Irgendwie da hinter dieses Gebüsch. Jawohl. Komm her. Jawohl. Okay. Jetzt haben wir den da oben immer noch. Und dann links ist noch ein zweiter. Ach, ist das schön. Komm, verreck. Ich erwische ihn nicht, verflucht nochmal. Kommt auch auf. Das ist hier gerade ein bisschen zäh. Okay. Das ist hier gerade ein bisschen zäh. Komm, kann der nicht da drüber zählen jetzt? Okay. So. Jetzt da aber. Schlecht. So, und hier kann es sich jetzt wieder nicht richtig hinducken oder was doch. Ja, Bullshit. Jetzt bist du auffällig. Habe ich es jetzt alle hier? Wahrscheinlich. Okay. Okay. Also, ich wiederhole mich. Dieses Stück, was da gespielt wird, dieses Liedchen, das gefällt mir echt sehr gut. Ich muss mal gucken, wo ich das als MP3 herkriege. Ich muss mal gucken, wo ich das als MP3 herkriege. Tja. Da hinten kommen wieder welche. Kann ich dich von hier erwischen? Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen weit weg, ne? Oh, hier geht er nicht in Deckung. Ich werde wahnsinnig. Pulsche. So, zum Glück habe ich da jetzt doch einige Painkiller. Weil hier ist schon was los, ne? Und dann spawnen auch gleich wieder neu. Ist das nicht schön? Oh, shit. Das Ding läuft ja. Kacke. Ja, dann nutzen wir das doch gleich mal aus. Fahren auf dem Ding. Den Gegner entgegen, oder? Leider sterben die nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle. Komm, da war noch einer. Jawoll! Coach, das hat mir jetzt zwar zwei Painkiller gekostet, aber jetzt will ich mal hoffen, dass jetzt nicht mehr so viele hier rumstapfen. Die Musik klingt aus. Ja, gut. Zumindest sind wir schon mal wieder ein bisschen weitergekommen. Ja, wo geht's jetzt weiter? Guter Mann. Er hat das gefaselt vom nächsten Terminal. Oh. Es gab keine anderen Flugzeuge, die den Flugzeugkontrollen aufbauen. Victor wäre klar für den Weg, sobald er bereit war. Oh. Ah. Es lohnt sich ja doch immer wieder ein bisschen rumzugucken. So, da geht's wahrscheinlich nicht weiter, ne? War klar. Ich soll zum nächsten Terminal. Hm. Ist die Frage, wo das sein soll. Ja, du Schlaubi-Schlumpf. Dann sag mal, wo ich hin soll. Ah, da hinten vielleicht. Was haben wir denn hier noch? Ah. Schön. 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 Oui. Ah. So.